Ich weiß nicht, wie du das Ganze siehst, aber ich habe das Gefühl, wir Triathleten, wir denken oft, wir trainieren viel zu wenig und müssen immer, immer mehr machen, anstatt das Ganze mal aus anderen Perspektiven zu betrachten und vielleicht auch einzusehen, dass wir vielleicht schon viel zu viel trainieren. Selbst mit 3, 4, 5, 6 Stunden Training die Woche trainiert man ja schon viel mehr als so der Durchschnittsdeutsche und dementsprechend ist für viele Triathleten vermutlich nicht das Problem, dass sie zu wenig Bewegung haben, sondern eben, dass es zu viel Sport und zu viele Reize gibt, die der Körper dann nicht verarbeiten kann und genauso war es bei mir diesen Sommer. Man muss ja irgendwie die drei Sportarten, Schwimmen, Radfahren und Laufen unter einen Hut kriegen und dann idealerweise noch Krafttraining und Mobility Sessions dehnen und alles einbauen, wo es dann halt eben schnell zu zu viel führen kann. Gerade wenn man sich sein Training selber gestaltet oder wenn man neu ist, ist das ein Problem, was häufig auftritt. Dementsprechend möchte ich in diesem Video einmal darauf eingehen, wie das Ganze bei mir aussah. Ich möchte erklären, wie zu meinem Verständnis überall Training entsteht, was man da für Symptome hat und wie gefährlich das Ganze auch werden kann. Ich kann euch hier leider als Nicht-Arzt und Nicht-Sportwissenschaftler nicht empfehlen, wie ihr Übertraining dann am Ende behebt, wie ihr damit umgeht. Schaut euch vielleicht online Sachen dazu an, aber in dem Fall, wenn es wirklich schon so weit gekommen ist, würde ich auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen, auch ein paar Tests machen lassen, wie schlimm das Ganze ist. Denn mit Übertraining ist wirklich nichts zu spaßen und ich habe auch lange überlegt, ob ich dieses Video machen soll, weil es ist wirklich ein komplexes und intives Thema. Aber dadurch, dass ich auf diesem Kanal eben meine sportlichen Herausforderungen teile, oft sind es Wettkämpfe oder irgendwelche Ultra-Challenges oder halt eben auch mein Training, finde ich, dass ich halt auch auf die Schwierigkeiten eingehen muss, die man dabei haben kann. Und dieses Jahr war eben eine dieser Schwierigkeiten das Übertraining. Und deswegen möchte ich das Ganze in diesem Video einmal so gut wie es geht beleuchten, um auch viele Leute, viele Anfänger, aber auch Fortgeschrittene darauf aufmerksam zu machen, dass es eben dieses Problem gibt, dass man halt gerade im Triathlon viel zu viel trainiert. Bevor wir jetzt gemeinsam versuchen zu verstehen, wie Übertraining funktioniert, würde ich einmal sagen, wir schauen uns an, wie überhaupt so ein Trainingsreiz verarbeitet wird und wie man überhaupt eine Leistungssteigerung hat über die Zeit, in der man trainiert. Das ist ja so, wenn wir trainieren, setzen wir einen Reiz. Durch diesen Reiz werden wir müder und dann brauchen wir eine Erholungsphase. In dieser Erholungsphase erholen wir uns. Und eben genau in dieser Erholungsphase kommt man dann irgendwann wieder an den Punkt, wo man angefangen hat und dann folgt die Superkompensation, wo man dann quasi über die Baseline, auf der man war, hinausgeht und da kann man dann quasi wieder einen neuen Reiz setzen und dann kommt das Ganze wieder und so hat man quasi dann den Trend nach oben. Wenn man jetzt da oben keinen neuen Reiz setzt, dann fällt es natürlich wieder ab. So, wie ist das jetzt, wenn man das Ganze aus der anderen Richtung betrachtet? Man setzt den Reiz, man ermüdet sich. Wenn man sich jetzt nicht lang genug erholt, dann kommt man quasi nicht auf seine Baseline zurück und wenn man dann einen neuen Reiz setzt, wird man müder. Und wenn man quasi seinem Körper das zu lange antut, dann wird man immer, immer müder. Irgendwann kommt dann quasi ein Leistungsabfall. Und je weiter man das Ganze treibt, desto weiter sinkt man quasi nach unten ab und deswegen würde ich oder mein Verständnis von Übertraining ist, dass es mehrere Stadien gibt. Man hat auf jeden Fall am Anfang einen Overload. Den muss man machen, dass man quasi auch die Superkompensation erreichen kann und über die Baseline zu kommen. Aber wenn man quasi immer weiter zu viel und zu früh overloadet, dann sinkt die Leistungsfähigkeit immer weiter ab. Das mag am Anfang noch gar nicht heißen, dass du gar keine Trainingsfortschritte siehst, aber du wirst über die Zeit einfach immer müder, vielleicht anfälliger für Krankheiten, bist mehr Stress ausgesetzt, hast irgendwelche mentalen Probleme, kriegst öfter Krankheiten, hast irgendwelche Entzündungen im Körper, es kommen Verletzungen. Und ich konnte es für mich in den letzten Jahren halt oft vermeiden, weil eben bevor diese ganzen Übertrainingssymptome schon kamen, irgendwelche Überlastungssymptome kamen. Das heißt, ich hatte Knieprobleme, ich hatte Fußprobleme, die Hüfte hat wehgetan, der untere Rücken hat wehgetan, weil quasi mein muskuläres System noch nicht weit genug war. Ich habe jetzt dieses Jahr viel darauf gesetzt, Krafttraining zu machen, alles zu stabilisieren und dann halt eben versucht, wirklich super, super viel auch anderes Training zu machen, sehr intensiv zu trainieren. Ich habe zum Beispiel dienstags oft Radintervalle gemacht, gefolgt von Krafttraining. Am Mittwoch drauf dann gleich Schwimmintervalle, einen Tag Pause und dann Laufintervalle, dann eine relativ hartere Swim-Session am Samstag und dann nochmal ein sehr, sehr langer Trainingstag am Sonntag. Irgendwie so hatte ich das Ganze aufgebaut. Ich hatte die Trainingswoche zum Beispiel mal vielleicht abgefilmt. In der Trainingswoche würde ich noch sagen, dass ich das Ganze sehr, sehr gut im Griff hatte. Das war der erste Trainingsblock, die letzte Woche, dann kam eine Ruhewoche und dann dachte ich mir so, ja, das habe ich jetzt alles gut weggesteckt, jetzt kann ich nochmal viel mehr machen. Ich habe versucht, mehr Sessions einzubauen, ich habe die Sessions härter gestaltet, länger gemacht und sehe eben eine viel zu hohe Steigerung gehabt, konnte meinen Reiz nicht mehr verarbeiten, bin quasi immer müder geworden und habe mich schon gefragt und ich erinnere mich auch beim Laufclub. Ich habe oft mit denselben Leuten gesprochen und irgendwie hat mir gesagt, du sagst mir jede Woche, du bist müder als letzte Woche und ich habe das zu dem Zeitpunkt jetzt irgendwie nicht so eingesehen, dass ich vielleicht zu viel mache. Ich wusste, okay, ich bin müder, aber ich dachte, okay, ich kann mein Training verarbeiten, es kommt keine Verletzung und dementsprechend kann ich auch weiter trainieren und die Müdigkeit ist eine Folge des harten Trainings. Gut, kommt der erste Wettkampf, viel zu hart trainiert davor und in dem Wettkampf, ich habe schon die Tage vorher gemerkt, ich war mental nicht bereit dafür. Ich habe mich leicht krank gefühlt, ich war aber auch vor allem im Kopf nicht da und ich habe es im Wettkampf dann nicht geschafft, tief zu gehen und ich glaube, das ist ein Punkt, die Leistungsfähigkeit fällt halt einfach mit dem steigenden Übertraining ab. Also Übertraining kann man Stadien betrachten, weil man, wie gesagt, immer weiter diese Reize setzen kann und ich habe relativ lange diese Reize gesetzt, obwohl ich ein ziemliches Erschöpfungsgefühl hatte. Und eine Woche nach diesem Wettkampf wurde das Erschöpfungsgefühl dann so hoch, dass ich mir dachte, okay, jetzt ziehst du mal einen Cut. Ich habe auch sehr krank gefühlt die Tage davor, aber weil ich eben für acht Wochen wirklich jede Session durchgezogen habe, die ich mir geplant habe, dachte ich mir, nee, du musst jetzt weitermachen, du musst jetzt weitermachen, viel hilft viel und in dem Fall wäre einfach Ruhe geben besser gewesen, weil ich hatte dann zwei Monate wirklich zu kämpfen. Bei mir hat es vor allem super viel mentalen und emotionalen Stress ausgelöst. Ich war zu dem Zeitpunkt in der beruflichen Phase, wo ich mich auf ein neues Praktikum bewerben musste. Ich wusste nicht genau, was ich will und dieses ganze Hin und Her in meinem Kopf hat super viel Stress ausgelöst. Dadurch habe ich weniger geschlafen, mich noch weniger erholt und bin quasi immer weiter in dieses Übertraining reingegangen. War dann mal beim Arzt, habe das mit dem durchgesprochen und haben gesagt, okay, ich sollte mal rausnehmen beim Training, ich sollte mir weniger Stress machen, ich sollte ein bisschen mehr auf meine Gesundheit achten. Das habe ich dann gemacht und nach ein paar Wochen war das Ganze dann auch besser. Je nachdem, wie schlimm das Übertraining halt eben ist, also wie lange man diesen Prozess durchzieht, dass man zu früh seine Trainingsreize setzt, desto länger braucht das Ganze und wenn man jetzt das Ganze für ein paar Tage macht, dann erholt man sich natürlich relativ schnell davon, wenn man das wie ich über mehrere Wochen durchzieht und auch so intensiv durchzieht wie ich, dann dauert es halt ein paar Wochen, kann aber auch länger dauern und wenn man das jetzt über eine ganze Saison, über zwei, drei, vier Jahre durchzieht, dann kann das auch mehrere Jahre dauern, bis man da wieder zurück ist. Dementsprechend auf jeden Fall ein Thema, wo man Acht geben sollte und was man auch nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Wie gesagt, es gibt da Symptome für starkes Müdigkeitsgefühl, ihr werdet öfter krank, merkt, okay, ihr wacht öfter mit einem Husten auf, mit einem leichten Schnupfen, ihr habt irgendwelche Entzündungen, bei mir war es vor allem eben dieser Stress, ich konnte abends irgendwann nicht mehr einschlafen und ja, ich habe mir auch tagsüber viel zu viele Gedanken über Sachen gemacht. Also wenn ihr merkt, dass ihr irgendwie so eine Veränderung durchmacht, gesundheitlich im Kopf oder was auch immer, würde ich auf jeden Fall immer Acht geben und auch das Training nicht zu stark steigern. Bloß weil euer Körper das verarbeiten kann und eure Muskeln das verarbeiten können, heißt das nicht, dass euer hormonelles System und euer Nervensystem, euer Herz-Kreislauf-System das Ganze verarbeiten kann. Und das habe ich eben stark unterschätzt in dieser Saison. Dementsprechend werde ich dieses Jahr auch nicht die Ziele erreichen, die ich Anfang des Jahres gesetzt hatte. Ich bin jetzt nicht froh, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, aber ich weiß auf jeden Fall, dass man da auch jetzt aufpassen muss. Vorher, man hat es natürlich gehört, aber ich habe es unglaublich unterschätzt, dass eben Übertraining fast viel gefährlicher ist, als sich irgendwie eine Knieverletzung zuzuführen. Ich fand es auch tatsächlich viel schlimmer, dass ich eben den mentalen Stress hatte, dass ich öfter krank geworden bin, weil ich nicht wusste, ich konnte nicht planen, wenn du eine Knieverletzung hast, dann kannst du noch Radfahren gehen, kannst du noch schwimmen gehen, aber du hast noch deine Bewegung drin und du kannst irgendwie noch ein bisschen was planen. Dieses von Tag zu Tag schauen, mir geht es eigentlich nicht so gut und so weiter. Das hat mich immer weiter in diese Negativspirale reingesetzt und wie gesagt, ich habe lange gebraucht, jetzt dieses Video zu machen. Ich muss das Ganze für mich verarbeiten, verstehen, was überhaupt passiert ist und ja, jetzt möchte ich eben das Ganze mit euch teilen. Ich denke, man kann da auf jeden Fall einiges daraus lernen aus meiner Erfahrung. Das ist ja auch das Ziel von diesem Kanal. Ich kann euch, wie gesagt, keine Tipps geben, wie ihr damit umgeht. Ich denke, man muss da neue Routinen für sich finden, auf seine Ernährung achten, Ruhe geben, schauen, dass man nicht zu viel macht. Erstmal super, super viel locker trainieren oder halt auch super lange gar nicht trainieren, kann auch sein und dementsprechend ist das, glaube ich, ein super individuelles Problem, wo ich auch einen Arzt aufsuchen würde, Bluttests machen, ist irgendwas Schlimmeres jetzt passiert durch die Überbelastung und halt, ja, einfach Ruhe geben. Es gibt da ein paar Artikel beziehungsweise ein Video und zwei Artikel, die ich euch zu dem Thema unten verlinken würde. Lest euch einfach durch, macht euch nochmal bewusst, was Übertraining eigentlich für ein großes Problem ist. Ich kenne viele Leute, die, ja, auch schon damit zu kämpfen hatten, ob das jetzt Überlastung ist oder eben körperliches Übertraining, Erschöpfung, viele Krankheiten, irgendwelche Entzündungen, irgendwas Mentales. Das kann alles dadurch entstehen und, ja, wir wollen alle Spaß haben in dem Sport und eben genau durch solche Sachen wird einem dann der Spaß genommen. Viele hören dadurch auf. Ich habe zum Glück früh gemerkt, dass es Übertraining ist und das jetzt nicht über mehrere Jahre so intensiv durchgezogen. Lag auch daran, dass ich halt eben ein bisschen krank geworden bin und einfach nicht mehr ins Training reingefunden hat. Aber ich denke, naja, wäre das nicht passiert. Hätte ich vermutlich einfach so weitergemacht, weil ich ja in der Zeit immer noch schneller geworden bin. Ich konnte im Wettkampf die Leistung nicht abrufen, aber in meinen Trainingssession habe ich mich nach meinem Gefühl gesteigert. Und das ist halt einfach ein schwieriges Thema über Training, ist schwierig zu erkennen und wenn ihr euch da unsicher seid, macht es auf jeden Fall Sinn, mal mit einem Coach zusammenzuarbeiten oder zumindest irgendein Tool zu benutzen, was euren Schlaf trägt, was eure Belastung trägt, wo ihr zumindest mal einsehen könnt, hey, mache ich gerade viel zu viel? Bin ich in der Überbelastung drin? Ein Körpergefühl zu entwickeln, dafür ist natürlich super, super wichtig, aber es ist am Anfang sehr schwierig. Man rennt dann oft mal in eine Verletzung rein, weil man halt eben seine Grenzen austesten möchte. Und das ist halt auch eben so ein Ding. Man muss halt eben diese Reize setzen, um besser zu werden, haben wir ganz am Anfang besprochen. Und dementsprechend ist es halt einfach als Anfänger und auch als Fortgeschrittener, der noch nicht dieses Körpergefühl, wie ich dafür entwickelt hat, okay, was ist jetzt zu viel? Was ist schon zu müde? Und was, ja, welche Probleme habe ich gerade noch? Das alles einzuschätzen, ist halt extrem schwierig. Und da können Tools helfen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich trage jetzt seitdem wieder meinen Schlaf. Ich habe ein Jahr vorher keinen Schlaf getrackt, auch teilweise, weil ich Angst für den Schlafdaten hatte. Muss aber sagen, mir hilft es schon, das einzusehen. Ich kann dadurch mein Training besser planen. Ich möchte euch da jetzt gar kein Tool an die Hand geben, ob das jetzt Training Speaks ist, ob das Whoop ist oder was auch immer. Ich benutze das ja selber alles gar nicht. Ich mache viel mit meiner Polaruhr. Alles nicht gesponsert. Wenn ihr wollt, ich kann da auch mal ein Video zu machen zu der ganzen Belastungstrackung, was man da für Tools nutzen kann. Ich kann da auch Tests machen, Sachen gegenüberstellen. Müsst ihr mir einfach sagen, ob ihr sowas sehen wollt. Ich wollte in diesem Video einfach mal dieses sehr komplexe Thema so simpel wie möglich darstellen, anhand von meinen Problemen. Ich denke, es gibt super viele von euch, die damit schon Erfahrungen gemacht haben. Dementsprechend haut es bitte in die Kommentare. Ich glaube, ihr könnt vielen anderen damit weiterhelfen, weil man eben halt doch immer als Triathlet denkt, hey, man macht doch eigentlich viel zu wenig. Alle anderen trainieren so viel. Aber vielleicht sind die anderen, die so viel trainieren, auch teilweise im Übertraining und brauchen am Ende ihrer Saison vier Wochen Pause, um sich wieder gut zu fühlen. Das kann man eben alles nicht einschätzen, wenn man das Ganze auf Social Media sieht. Und deswegen wollte ich hier nochmal auf diese Trainingswoche vor drei, vier Monaten eingehen, wo ich halt eben viel zu viel trainiert habe. In dem Video war es noch in Ordnung, aber daraus habe ich mich dann gesteigert und ja, einfach viel zu viel gemacht. Dementsprechend, bitte vermeidet sowas. Es macht euch eure Saison kaputt, es macht keinen Spaß. Vielleicht beendet ihr dadurch den Sport. Und ich wollte einfach in diesem Video darauf aufmerksam machen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich hoffe, ihr habt das gelernt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen.